Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Seftech Ages. Was geht ab, meine Diener und Herren? Herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir weitermachen mit ein bisschen mehr Technik, denn wir haben ja in der letzten Folge mit Bitterwolf Mods angefangen und haben jetzt hier unser erstes Wasserrad, das für uns praktisch mechanische Energie produziert und wir damit eben hier den Millstone schon mal betreiben können. Das Ganze geht jetzt allerdings noch ein bisschen weiter, aber ich will ja hier nicht einfach nur Maschine an Maschine bauen und Mod an Mod rein, sondern ich will hier natürlich eine schöne, coole Base bauen. Und dementsprechend habe ich mir gerade mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich bin immer rumgegangen und habe geschaut, wo wir was für Ecken haben und wo wir vielleicht die ein oder andere Sache unterbringen könnten. Und ich führe mich mal ganz kurz einfach ein bisschen rum, um euch zu erklären, was ich denn so vorhabe. Wir haben ja hier drüben unsere riesige Höhle oder unser riesiges Einschlagsloch, dieses hier, wo wir gerade Evilcraft drin haben. Und das Teil würde ich gerne für Evilcraft und Bloodmagic benutzen. Vielleicht erst mal, vielleicht kommt Evilcraft hier hin oder ist erst mal hier, wird später verschoben und dann kommt Bloodmagic hier hin. Denn ich würde gerne so eine Art Insel hier machen, also so eine auf Stelzen stehende Insel, wo praktisch der Bloodlatar später drauf ist. Da habe ich eine ziemlich coole Idee oder eine ziemlich coole Inspiration gefunden, ein ziemlich gutes Design. So ähnlich würde ich das gerne auch machen. Das heißt hier praktisch so eine Insel, die in die Mitte rausgebt und nicht schwebt, sondern praktisch auf Stelzen hier drin steht. Und unten drunter könnte man dann die Mopfer machen und vielleicht sogar so ein Blutzee oder sowas hier mit rein. Und Evilcraft würde dann später demnächst, also wenn wir das irgendwann gebaut haben, das würde dann praktisch hier drüben hinkommen. Denn hier haben wir nochmal so einen Krater, der ist ein bisschen kleiner und für Evilcraft brauchen wir nicht ganz so viel Platz, zumindest am Anfang nicht. Deswegen wäre das vielleicht dafür relativ gut geeignet. Dann gehen wir weiter. Hier habe ich nämlich so eine kleine Steinsäule gemacht. Und diese markiert praktisch, dass wir von hier aus Wasser bekommen könnten. Denn wir haben hier weiter in Richtung Süden, hier oben, dort gibt es so einen kleinen See. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da hinkommen. Dann müsste hier jetzt dann gleich irgendwo sein. Genau, hier. Also hier ist so ein kleiner See. Und der ist praktisch, also das ist die einzige Wasserquelle in der Nähe von uns, die höher liegt als unsere Base. Dementsprechend wäre das sehr gut für Aquädukte. Also wir könnten von hier praktisch Aquädukte in diese Richtung hier legen. Und dann könnten wir von da irgendwie unser Wasser betreiben. Das wäre also hier eigentlich eine ziemlich coole Idee. Für die restlichen Mods, die jetzt dann noch bald kommen, habe ich noch nicht wirklich eine Idee. Für Astro Sorcery auf jeden Fall schon. Denn das kommt jetzt auch sehr, sehr bald. Das wird auch das Ende von Kapitel 1 und den Anfang von Kapitel 2 bestimmen. Und das würde ich gerne hier oben auf den Berg hier machen. Wir sehen leider noch nicht, wie hoch wir hier sind. Das ist relativ schade. Aber für Astro Sorcery empfiehlt es sich so auf Höhe 120 maximal zu gehen. Deswegen, ich sage mal, wir sind hier auf 60, dann sind wir hier vielleicht auf 100 oder sowas. Das wäre ziemlich cool. Dann würde ich da so eine Treppe hoch machen. Und dort oben würde ich dann praktisch unsere Astro Sorcery Altargeschichten aufbauen. Sodass wir das da haben. Ich will wirklich mal eine große, schöne, geordnete Base bauen. Und nicht einfach nur einen Keller, wo alles mit drin steht. Und für die heutige Folge gibt es auch was Interessantes. Denn heute gibt es nicht mehr so viel Technik. Es gibt zwar am Ende noch ein bisschen Technik. Aber am Anfang kümmern wir uns erstmal um ein bisschen Bauen. Denn hier drüben hin würde ich gerne eine Wassermühle machen. Beziehungsweise die Battle of Mods Geschichten. Das heißt, ich würde gerne hier ein Wasserrad oder das Wasserrad praktisch hier mit reinbauen. Ich muss gucken, wie wir das mit der Strömung machen. Aber das kommt praktisch dann später hier hin. Und hier kommt dann eben das Gebäude dazu, wo wir dann die ganzen Sachen verarbeiten können. Genauso wie wir oben dann zum Beispiel einen Turm machen können, wo dann später ein Windrad mit dran ist. Und dementsprechend kümmern wir uns jetzt direkt am Anfang der Folge darum, dieses Gebäude zu bauen. Diesmal sogar in der coolen Perspektive. Deswegen würde ich sagen, wir switchen die andere Perspektive. Fangen mit dem Zeitraffer an. Und ich wünsche euch super viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, okay. Ich würde sagen, unser Haus ist soweit vorerst mal fertig. Es ist natürlich noch nicht final und noch nicht perfekt. Aber wir haben natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, wie ich gerne hätte. Was das Dach angeht, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir das Ganze so lassen oder ob wir das noch ein bisschen ändern sollen. Aber für jetzt ist es sage ich mal okay, weil diese Stelle hier zum Beispiel, die gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir sollten die Reihe hier auch wegmachen. Ich sage einfach mal, rip unsere Holzvorräte. Also da ist komplett alles weg. Ich habe davor nochmal ein bisschen was geholt. Wir haben ja auch noch mehr Bronze und sowas gebraucht. Also mehr Tin, Kupfer hatten wir noch. Aber der Rest ist natürlich nicht ganz so gut. Aber wir haben jetzt wirklich absolut gar kein Holz mehr. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei oder drei Stämme oder sowas. Und Oakwood haben wir praktisch überhaupt nichts. Also das ist, ja, schwierig. Okay, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, der Eingang gefällt mir noch nicht so gut. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. Und das Ganze natürlich ein bisschen, ja, verschönern, einfach stylischer machen. Jetzt ist es so ein ziemliches Basic-Minecraft-Haus. Gerade von der Seite gefällt es mir nicht so gut. Von der anderen Seite, die ihr die ganze Zeit gesehen habt, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Wir können ja mal irgendwie von hier so ein bisschen gucken. Dann sieht man das nochmal so von unserer Perspektive jetzt ein bisschen besser. Also ich wollte eben, dass das Haus so mehr oder weniger auf Stelzen steht, dass wir unten das Wasserrad haben. Vielleicht machen wir hier nochmal so eine kleine Steinmauer davor. Das könnte vielleicht noch ganz cool aussehen, wenn wir, ah, wir haben leider keine Steine mehr. Aber würden wir hier nochmal so eine kleine Steinmauer davor machen. Das sieht vielleicht noch ganz cool aus. Und sonst haben wir jetzt eben das Haus hier so auf Stelzen. Das heißt, da ist hier hochgebockt bis dahin. Und hier unten haben wir eben das Wasserrad. Das war Achtung. Sehr schön. Und das Wasserrad erzeugt jetzt eben unsere mechanische Energie. Das Zeug hier war ultra teuer, denn wir brauchen hier drei Gearboxen, die wir hier praktisch zum Umlenken benutzen. Und die Gearboxen, ihr kennt sie ja vielleicht noch. Das Rezept dafür ist absolut incredible. Also hier der Glu und sowas, das funktioniert ja alles noch. Aber eben die Brosseplates. Also wir müssen eben Brosse herstellen. Und hierfür brauchen wir immer wieder Hamfiber, genauso wie Black Quartz. Und ja, das ist, äh, ouch, sage ich da einfach mal dazu. Also das ist, äh, nicht ganz so schön. Genau. Und die, die, äh, Achsen, die kennt man auch noch so von davor. Aber gut, es funktioniert. Also ganz kurz gesagt, wir treiben hier praktisch das Ganze an. Und die Gearboxen, die leiten das Ganze eben immer um. Also wir stellen die Gears da drin so ein, dass man das Ganze hier umleiten kann. Dann geht praktisch das Ganze hier rüber. Dann wird die Energie nach oben übertragen. Hier wird sie einfach straight nach oben übertragen. Und oben dann eben nochmal nach oben übertragen. Und, äh, das Geräusch, das die Gears hat, hört, das ist natürlich der Millstone, den wir jetzt hier haben. Das heißt, der ist jetzt hier praktisch schön aktiv. Eigentlich mittig, aber eben auch nicht so ganz mittig, weil wir das praktisch alles verschoben haben. Äh, vielleicht ziehe ich die Ecke doch nochmal bis hier rüber. Weil der Balkon ist ja jetzt praktisch ein bisschen kleiner. Ich habe sonst so ein 5x5 Cube Ding gemacht praktisch. Aber die Ecke ist eben ein bisschen versetzt gebaut. Das war eigentlich, weil ich einen kleinen Balkon und einen großen Raum hier innen drin haben wollte. Aber ich glaube, das machen wir nochmal anders. Weil, auch wenn man das jetzt von innen sieht, sieht es ein bisschen komisch aus. Deswegen, gerade mit dem Dach sieht es auch strange aus. Also, das müssen wir vielleicht dann nochmal überarbeiten. Aber sonst passt es ja praktisch von außen von der Symmetrie her. Nein, müssen wir, oh, da unten ist ein Holzstamm. Jawohl. Easy eingesackt. Jetzt haben wir, oh, da ist nochmal einer. Boah, Alter, Checkpot haben wir jetzt gerade gefunden. Okay, aber gut, damit haben wir jetzt erstmal unsere Wassermühle abgeschlossen. Ich werde die dann im Laufe der Zeit natürlich nochmal ein bisschen verschönern und ein bisschen umbauen, so wie wir es brauchen. Aber jetzt wollen wir erstmal nach dem ganzen Gebauer ein bisschen mit Technik weitermachen. Okay, Inventar ist sortiert und dementsprechend können wir jetzt weitermachen mit ein bisschen Technik. Denn wir haben ja in der letzten Folge alles hier anlockt und dementsprechend können wir damit jetzt direkt anfangen. Wir wollen den Turntable haben, also Turning the Tables. Damit wir praktisch Ton formen können und uns damit einen Eimer machen. Das wäre sehr, sehr cool und dementsprechend haben wir jetzt auch unser, ach hallo, da haben wir unser Ding jetzt hier drüben. Wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal Black Quarz rumgehen, denn das ist alles für die Achsen draufgegangen, die wir da gebaut haben. Und gucken wir, ob wir das brauchen. Aber ja, brauchen wir, verdammt. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Achse. Wir brauchen vier Stone, Clean Stone. Eins, zwei, drei und vier. Dann brauchen wir ein Copper Gear, okay. Das kriegen wir hoffentlich auch noch hin. Dann brauchen wir nochmal Glue, also brauchen wir nochmal mehr Zombie-Fleisch und Oak Plank Siding. Oh, das machen wir in der Saw. Oh, das geht wirklich nur in der Saw. Okay, cool. Also kommt das direkt auch mit dran. Dafür brauchen wir jetzt nochmal Copper Gear. Wir brauchen einen Leather Belt. Oh, dafür brauchen wir einen Slime Boy wahrscheinlich, genau. Und was brauchen wir dafür noch? Äh, ein Flint Saw Blade. Tin Gear. Oh nee, da müssen wir noch mehr Tin suchen. Verdammt. Okay. Habe ich mir meinen Tin noch markiert? Weiß ich das noch? Ich glaube schon. Das war hier unten. Genau, Tin-Kopper. Okidoki. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal ganz kurz auf Mining Tour. Oh, wir haben auch nicht mal mehr Koppel. Oh, okay. Äh, das ist gut. Ähm, bauen wir mal ganz kurz das hier. Und genau, wir nehmen unser Work Blade mit. Damit können wir uns praktisch Leitern direkt machen. Äh, on the way. Also wir brauchen auf jeden Fall, ähm, ja wir brauchen eine Menge, eine Menge, Menge, Menge. Kupfer haben wir glaube ich noch, genau. Das können wir gleich mal einschmelzen. Ähm, aber wir brauchen eine Menge Tin auf jeden Fall. Das wird sehr wichtig. Ist hier was drin? Das ist noch Blut. Okay, warte, gießen wir das einfach mal ganz kurz raus und bauen das hier wieder ab. Äh, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall, oh hier ist Moltenkopper drin. Äh, na können wir vielleicht gleich nochmal umschichten. Okay, aber wir brauchen Black Quartz, das heißt wir gehen ins Deep Dark oder ins Beneath besser gesagt. Wir brauchen Tin, das heißt wir gehen in diese Richtung hier runter um Tin zu holen. Und wir brauchen, was brauchen wir noch? Habe ich wieder vergessen. Sind die gerade Piranhas wieder unterwegs? Ne, sah nur so aus. Ähm, genau. Also wir brauchen Tin, wir brauchen Black Quartz und Flint wahrscheinlich auch noch. Aber das haben wir glaube ich alles zu Hause. Und Holz kann auch nicht schaden. Okay. Aber dann können wir uns praktisch eine Säge machen. Oh, da bin ich echt gespannt drauf. So eine Tischsäge, die wir dann praktisch damit haben. Das stelle ich mir auch ganz cool vor eigentlich. Oh, guck mal, hier ist nochmal so ein Mini-Krater. Hello. Oh, und natürlich, wie heißt das dritte Ding, was wir haben wollen? Äh, der Turntable, genau. Also Ziel für heute ist der Eimer, denn wenn wir das haben, dann geht es demnächst wieder, huiuiui, äh, dann geht es demnächst wieder weiter mit Magie. Und zwar mit Astral Sorcery. Guck mal, die nehmen wir gleich mal mit. Vielleicht brauchen wir die irgendwann. Okay, also ganz kurz zur Mining-Tour und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hoffentlich alle Sachen haben, die wir brauchen. Gut, Tin ist schon mal da und jetzt kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen, wie dann die Leitern hier funktionieren. Denn man kann praktisch mit dem Flint-Workblade, oder generell mit dem Workblade, äh, kann man hier auf Cobblestone klicken. Und dann hat man, glaube ich, zwischen ein- oder viermal, genau, wo man hier draufklicken muss und dann, oh, oder sogar noch mehr. Und dann kriegt man praktisch hier eine Leiter geformt. Eigentlich ziemlich cool, dann kann man das einfach on the go immer mal wieder machen. Und, äh, muss hier nicht immer Leitern mitnehmen. Und mir wurde gesagt, dass man viel schneller ist, wenn man einfach nur nach oben oder nach unten guckt, statt W oder S zu drücken, wenn man die Leitern hoch und runter geht. Deswegen probieren wir das gleich mal aus. Ah, ich wollte eigentlich eine komplette, hallo, eine komplette Mining-Tour machen. Okay, die, doch, die will schon. Sehr schön. So, und wenn wir jetzt einfach nach oben gucken. Ah, das ist echt ein bisschen schneller. Sehr cool. Okay, aber letztes Ding auch noch. Gut, okay. Tin und, äh, Cole haben wir. Sogar eine ganze Menge. Und, äh, dementsprechend geht es jetzt wieder nach Hause in Steve Dark, in Spindief, sorry. Und, äh, noch ein bisschen Black Quarz holen. Okay, also ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Ich bin hier gerade friedlich umeinander gelaufen und habe, äh, versucht, Black Quarz zu finden. Und plötzlich fangen alle Steine um mich rum an. Hier, sich an. Die fangen einfach alle an, sich in Silberfische aufzulösen. Was zur Hölle ist das denn? Die machen meine Rüstung kaputt. Okay, ich gehe sehr, sehr schnell wieder nach Hause. Wir haben ein bisschen was gefunden. Also, wir haben ein bisschen Quarz, aber, wow, 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 what? Ich habe irgendwie einen Block abgebaut und der war wahrscheinlich ein Silberfischblock. Und dann haben alle anderen angefangen, sich aufzulösen. Super weird, super scary und, ja gut, wir haben ein bisschen nichts für bekommen. Skelett, hallo? Ah, nee, das war wahrscheinlich das Portal, genau. Ähm, denn wir bauen hier nach wie vor noch, äh, ein bisschen, äh, Zombiefleisch für, ähm, für Glue. Also, das müssen wir uns doch ganz kurz holen. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles da. Ich meine, Black Quarz haben wir ein bisschen was. Das müssen wir jetzt erstmal wieder crushen. Das können wir dann in unserer geilen Crushing Factory da drüben machen. Und, äh, dann müssen wir uns praktisch nochmal schmelzen. Also, wir werfen die jetzt einfach mal hier rein. Und wir müssen unbedingt noch irgendwas machen, um die Sachen hier aufzuheben, ne? Weil, ich glaube, so wie wir es jetzt haben, droppt der Milster und seine Sachen einfach irgendwo in die Welt. Genau, so zum Beispiel. Und, äh, der legt die nicht irgendwo in die Kiste. Wir könnten mal probieren, ob man vielleicht eine Kiste dran machen kann, ne? Ah, das machen wir mal ganz kurz. Okay, also Kiste daneben gestellt, aber er legt da auch nicht unbedingt irgendwas mit rein. Äh, ich hoffe nur nicht, der droppt da alles hier runter, weil manchmal wirft der das irgendwie so halb aus dem Fenster. Äh, ich mach hier mal ganz kurz nochmal mit Kommission zu, weil ich will nicht, dass die Sachen hier irgendwo runter werden. Weil, guck mal, wie weit er das wegdroppt teilweise. Das ist halt schon, äh, sehr, sehr krass. Gut, es kann natürlich sein, dass die normale Primal-Chess hier nicht funktioniert, sondern wir eine normale Minecraft-Chess brauchen. Aber, ähm, ansonsten müssen wir uns das nochmal angucken. Vielleicht gibt's eine Möglichkeit. Wenn ihr eine kennt, gerne in die Kommentare damit. Eieiei, okay, also in der Hunting Dimension, da ging's auf jeden Fall ganz gut ab gerade. Oh, leck gerade ein bisschen. Äh, ja, 15, ups, das soll nicht hier rein, sondern das soll hier rein. 15 Rottenflash haben wir. Und, äh, mittlerweile auch schon ein bisschen mehr Copper. Das müssen wir natürlich alles noch einschmelzen. Äh, ja, also, äh, ist ganz lustig da drüben, würde ich einfach mal sagen. Da geht's auf jeden Fall ganz gut zur Sache. Also, ne, kann man sich nicht wirklich beschweren. Ein bisschen Rüstung haben wir auch wieder bekommen, aber die werfen wir hier, äh, ich hab irgendwas anders weggeworfen, was ich nicht wegwerfen wollte. Ähm, die werfen wir natürlich auch mal weg. Oh, ne, Scheiße, ne? Das wäre natürlich wichtig gewesen, dass wir die behalten. Okay, äh, ich würde sagen, ich bereite nochmal alles vor. Das sehen hier sehr viele Katzen, ich merke da schon, sorry dafür. Ähm, ich bereite mal ganz kurz alles vor. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das jetzt alles geschafft haben. Diesmal wirklich final, da kommt kein Cut mehr zwischendrin, hoffentlich. Und, äh, ja, dann, äh, bis gleich. Okay, ich glaube, wir haben soweit alles fertig, was wir brauchen. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Ich hab hier unten schon alle drei Sachen eingegeben. Wer es nicht wusste, kleiner Tipp am Rande. Man kann in J mit einem geraden Strich die Einträge trennen und so kann man nach mehreren Sachen gleichzeitig suchen. Wie ich jetzt zum Beispiel nach Saw, die haben wir hier oben. Nach Turntable haben wir hier und nach Gearbox, die haben wir hier. So ein kleiner, kleiner Minitipp, äh, nebenbei. Okay, ähm, wir wollen ja den Turntable als ultimatives Ziel. Dafür brauchen wir die Saw. Und dementsprechend fangen wir hier mal mit dem kleinsten an. Das ist der, äh, Leather Belt. Oh, dafür brauchen wir jetzt noch String. Oh, zum Glück haben wir die noch. Äh, vier Stück. Und das zusammen mit Leather Cordage, äh, machen wir dann so. Genau, dann kriegen wir hier aus Leather Cordage. Das brauchen wir noch mehr. Genau, wir brauchen nämlich vier Stück. Das heißt, wir bräuchten nochmal ein Leder. Doch nicht alles vorbereitet. Verdammt. Aber so gut wie alles. Eine kleine Sache gibt es immer, die man vergisst. Oh, das ist doof, dass das nicht so funktioniert. Aber geht, glaube ich, mit Mottweaker nicht. Wenn das daher kommt. Wenn nicht, dann doof programmiert. So, ähm, genau. Wir haben den Leather Belt. Den braucht man natürlich, um die Sachen anzutreiben. Dann brauchen wir Copper Gear. Und davon brauchen wir eine ganze Menge. Äh, um genau zu sein, brauchen wir drei Stück. Deswegen ist das auch alles so super gut aufgeteilt. Dreimal Copper Gear. Äh, zwei Stück brauchen wir hierfür. Wir brauchen ein Bronze Gear. Das können wir uns auch direkt machen. Das kommt hier unten raus. Und wir brauchen ein Flint Saw Blade. Dafür brauchen wir ein Tin Gear. Zusammen mit Flaked Flint ergibt das ein Flint Saw Blade. Und dann sollten wir alles, außer das Holz, zusammen haben, um uns die, äh, die Säge machen zu können. Holz nehmen wir ganz kurz hier raus. So, und dann haben wir, wada bing, unsere Saw von Better With Mots. Jawohl. Und jetzt können wir praktisch schräge Half Slips machen. Auch ziemlich cool. Okay, ähm, und das müssen wir gleich auch benutzen. Zuvor wollen wir nochmal, äh, genau. Davon brauchen wir jetzt auch sehr viele. Da machen wir uns gleich mal welche. Äh, zuvor können wir nämlich hier schon mal anfangen, den Turntable vorzubereiten. Da brauchen wir noch einen, äh, Copper. Okay, Copper Gear haben wir hier. Nevermind. Äh, genau. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Stein. Und, äh, den Stein haben wir hier. Und natürlich unsere Geschichte von unserer Säge. Das heißt, wir brauchen jetzt, ähm, nochmal irgendein Holz. Und wir brauchen unsere Saw. Und dann können wir das Ganze praktisch vertikal, äh, vertikal durchsägen. Ist das vertikal? Ja, doch. Ich glaube schon, ne? Oh, oi, 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 oi. I don't know. Okay. Und die Säge, die muss jetzt wahrscheinlich auch hier dran. Äh, ich nehme mal sehr stark an, dass sie auch mechanische Energie braucht. Deswegen pack mir... Oi, oi, oi. Okay. So habe ich das nicht unbedingt gedacht. Das ist ein bisschen gefährlich, glaube ich. Äh, machen wir lieber das hier. Ah! Okay, es funktioniert. Cool. Und jetzt legen wir hier einfach Holz drauf. Oder wie, wie funktioniert das? Ah, wirklich oben draufsetzt. Wie genial ist das denn bitte gemacht? Okay. Das ist halt so richtig oldschool Crafting irgendwie. Zumindest kommt es... Also es kommt einem irgendwie so oldschool vor ein bisschen. Dass man hier den Block wirklich draufsetzt und der sägt das dann durch. Das ist richtig cool gemacht. Okay, also jetzt haben wir praktisch unsere Säge, die auch für uns arbeiten kann. Und damit haben wir jetzt die Sidings. Und mit denen können wir uns unseren Badabing Turntable machen. Jawohl! Turning the Tables. Und mit dem können wir uns jetzt eben einen Clay Bucket formen. Und das ist natürlich, wie gesagt, das Ziel der heutigen Folge. Das heißt, wir suchen jetzt hier mal ganz kurz nach Bucket. Und dann haben wir den Clay Bucket. Dafür brauchen wir einen Unfried Clay Bucket. Und dafür brauchen wir eine Unfried Clay Barrel Extension. Das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Clay hatten wir immer... Oh, gerade noch so genug. Naja, wir haben uns ziemlich viele Aquadukte gemacht. Äh, okay. Aber nice. Das ist halt schon... Oh, ich bin so begeistert davon, ne? Wie cool das ist. Aber Riss, dass man den Block da draufsetzt und der sägt ihn dann wirklich in der Mitte auseinander. So, aber du kommst jetzt wieder weg. Denn wir wollen praktisch unseren Turntable hier haben. Okay. Und da oben drauf kommt jetzt unsere... Ding. Okay, dann macht er was. Wir selber müssen... Okay, ich kann hier irgendwas umstellen. Und dann kriege ich verschiedene Formen raus, wie es aussieht. Oh Gott, ich hoffe... Äh, ich muss jetzt nichts Bestimmtes hier machen. Ach, das ist schon ein Unfried Clay Bucket. Ja, okay, dann geben wir den doch bitte wieder. Ah, wie cool. Okay. Also ich weiß nicht genau, wofür wir die sind. Die sind vielleicht für verschiedene Schnelligkeitsstufen, könnte ich mir vorstellen. Wenn man mal ein bisschen mehr Wumms braucht, dann könnte man das machen. Ähm, und ich würde auch gerne die ganze Geschichte hier nochmal umbauen. So, dass wir praktisch die Gearbox ein nach unten setzen. So, hierhin dann besser gesagt. Ich habe auch nochmal genug Zeug für praktisch noch eine Gearbox. Die werden wir auch binnächst bauen, damit wir hier mehrere Maschinen gleichzeitig haben. Aber wenn wir es jetzt praktisch so machen, dann können wir das hier wunderbar direkt auf die richtige Höhe stellen. Und müssen das nicht, äh, müssen das nicht irgendwie komisch machen. So, warte, Achtung. Ha, ah, perfekt. Oh, der macht sogar Schaden. Ja, geil, Omatiko. Okay, warte, die anderen Maschinen lasse ich auch gerade mal hier. Die funktionieren natürlich jetzt nicht so, wenn ich sie hier hinstelle. Aber, äh, dann sind sie zumindest schon mal an richtigen Platz und wir können sie auswechseln, wenn wir sie brauchen. Und jetzt heißt es noch, Unfried Clay Bucket in unseren Kiln hier drüben reinpfeffern. Warten, bis der hier fertig gebraten ist und dann kriegen wir unseren richtigen Clay Bucket. Und mit dem können wir dann endlich mal Wasser so transportieren. Also, dann haben wir eine Möglichkeit, Wasser und sowas in der Welt zu setzen. Jawoll, Bucket List, da ist es. Yay, okay. Ja, geil. So, warte, jetzt können wir das gleich mal ausprobieren. Wir können nämlich, genau, wir können von Aquadukten ja praktisch Wasser einfach so hier rausnehmen. Oh Gott, du siehst böse aus. Also, hier können wir jetzt Wasser rausnehmen. Und wir können natürlich jetzt auch, okay, das war nicht unbedingt das, was ich wollte. Warte, solltest du nicht eigentlich das Ganze hier, weil, jetzt macht er das wieder, okay. Mit einer Blase geht es, ich weiß nicht, ob es mit Eimern auch geht, aber scheinbar nicht so ganz. Doch, jetzt funktioniert es wieder, gut. Und dann können wir jetzt praktisch hier eine neue Wasserquelle setzen. Das konnten wir davor nicht. Wir konnten nirgendwo Wasser platzieren, sondern wir konnten es immer nur, ja, mitnehmen, aber wir konnten es nicht verwenden oder so. Das ist halt immer so ein kleines Problem nebenbei. Okay, aber das ist doch ziemlich, ziemlich cool, würde ich sagen, um die Folge zu beenden. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, Wasser zu setzen. Wir sind sehr viel weitergekommen, was unsere Technik angeht. Gerade was Better Wolf Mods angeht, wir haben jetzt mechanische Energie, wir haben ein eigenes Haus dafür. Unsere Pferde sind hier irgendwie abgehauen. Du gehst mal bitte wieder, hallo, hat der keinen Bock mehr? Der keinen Bock mehr zu arbeiten. Der denkt sich jetzt, du hast mechanische Energie, ich muss nichts mehr für dich machen. Aber musst du noch? Ich brauch dich nämlich noch ein bisschen. Ja, nice, gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit Magie, und zwar mit Astro Sorcery. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Astro Sorcery ist eine ziemlich gute Mod. Morgen um 15 Uhr geht es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, die Folge ist nicht wieder so lang geworden. Sorry dafür. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Meine Abmond ist mittlerweile fünffach, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.